So, hallo. Einmal unser Offenstall im Regen, im Matsch. Die beiden Balache gerade auf dem Platz und spielen oder stehen rum und schauen, was so an Mensch und Tier vorbeiläuft. Gut, also ich wollte euch mal zeigen, hier den Offenstall auf dem Stück, wo Naturboden ist. Einfach matschig. Das Wasser steht nach dem Regenfall. Hier auf der Seite, wo Drainage ist, relativ trocken. Das heißt nass, aber kein Wasser steht. Und dann hier im Unterstand, mit Strohpellets, also sehr trocken. Und trockene Liegefläche. Der Übergang vom Dach ist im Unterstand natürlich etwas feucht, aber dann im Unterstand einfach trocken. Wir planen hier bis oben unter das Dach. Die beheizten Tränke, gut erreichbar für die Pferde, auch noch im Unterstand. Stehen also auf dem Trocknen und können trinken. Friert nicht ein. Beheizt mit Grabkerzen. So, die beiden stehen immer noch da und spielen oder ruhen. Der Reitplatz auch, relativ feucht, aber keine stehende Näße.